wir sind hier oben packt ja wir gehen es mal kurz runter und treffen uns hier so dann schauen wir mal da bin ich wieder neue fertigkeiten ausweichschluss will die nicht unbeständiger sprengstoff den wir die haben genau dann haben wir hier auch wo ich gebraucht man nicht immer mal mit was ist jetzt man die gleich wieder irgendjemand an mani hat das hat kommt doch erst mal runter er war die ganze zeit bei uns und nur nicht oder sogar zwei bosse und er portet einander denn bis jetzt nicht drauf kann ich will damit anfangen ich auch noch nicht ich fühle mich wieder so war die silberdinger sind nein die blauen blitze kommen von mir kelly ach die kommt ihr aber die amigin zurückgeworfen nein das ist die fertigkeit für den dicken ok jeder blitz der dritt fritz ein aber wenn der boss zu nahe dir kommt dann portet sich zu dir also dann dann zieht er sich her andere sagt was ja rote kugel was ja rote kugel da oben der ding brunnen hat sie wieder aufgefüllt gehen wir schon zum brunnen gott habt ihr auch leben gerückt nein scheiße zu weit weg achten wenn du lebst kannst du mich schrecken du leidig da mein papa war gerettung war keine ahnung wer mich jetzt hier gerettet hat kann nichts machen ja bei dir ist alles kaputt wir müssen jetzt erstmal zurück in stadt so dann kommt man runter lehrer aufrüstungsplatz was ist das denn ja alles muss ich melden dass du irgendwas hast wo du nur irgendwo rein bauen kannst okay die meldung hatte ich ja noch nie bekommen ich war schon öfters mal rot ich glaube bei dem kann man gleich reparieren ja jetzt mal schauen das geht immer schon hoch zum ja gut aber du kannst bringt ja noch nichts du kannst ja noch keine dinge ausrüsten wir haben nur keine socke aber schmuck herstellen ja ja warte mal wir haben hier die quest genau so aber alle sind für meine stufe stufe 12 ausgerüstet besseren bogen vielleicht jo 23 prozent mehr schaden ne bau mit hand am brust ne einmal 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 jetzt gefällt es mir wieder besser ich baue jetzt auch wieder ein paar sachen okay mehr schaden kippten 38 immer konnte man die truhe wer hat denn händler schmuck und amulett kauft und kann mit mit allen da ich kann leider bei mir das nicht ich weiß nicht warum weil da nichts neues dabei ist nein beim Dings kaufen wenn man mit einem Kaufmann mir was kauft okay da haben wir nichts gut dann alles wiederverwerten so gut bin soweit und ich muss noch einlagern ich habe aber wenn du etwas nicht kaufen willst dann fass es auch nicht an ich mag es wenn meine wahren sauber sind so gut denn auch soweit jo dann kommt wieder zu mir und ah da hat schmuck jetzt pass auf jetzt schauen wir mal vitalität das sind die blauen questen hä die blauen questen ja die das ist die ist schon abgeben es gibt keine blaue quest das war nur ein pfeil weil wir für den hattrick ja den ding suchen mussten und der ist ja tot ne ne bei mir hier hinten in der stadt ist der schmied hat eine blaue quest ja da müsst ihr die abgeben einfach nur abgeben fertig bisschen mehr nach da komme ich wieder zu euch nach unten genau so machen wir so so habe jetzt auch mal schnell gut fähigkeit die 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 punkte geben das hat er gar keine die gibt gar nichts das ist nur die machst du oder du machst du nicht weil manche leute die rennen an dem vorbei interessiert das ist der was da einfach auf dem hof rumliegt und irgendwie anklicken naja alles sei der herrling wo wir dann tot finden so aber meine stärke zahl ist los dich ne sind es alle da ne mein schatz fehlt noch und warum stärken zahl 1 2 3 ja meine stärke ist bei 21 dafür habe ich geschwindigkeit geschwindigkeit höhe geschwindigkeit 21 schaden mache ich 69 zähigkeit 2611 und erholung 66 schaden mache ich 40,09 zähigkeit habe ich 1425 erholung 10 wow da müsst ihr schauen dass es da auch besser was rangeht erholungstechnisch ja erholung heißt lebenspunkte regeneration ja aber da bin ich ja schon bei 917 bei zähigkeit oder was rote kugel nein 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 das hat damit nichts zu tun ich bin bei 1393 du brauchst weitaus mehr weil du im nahkampf bist als ich du musst schauen dass du zähigkeit hast weil zähigkeit die zahl was in zähigkeit drin steht die muss erstmal der der gegner schaden verursachen bei dir bis dein leben weniger wird ah ok so ich bin auch soweit sorry also vitalität erhöht euer leben genau vitalität erhöhts leben jeder punkt vitalität erhöht das leben um 10 so dann kommt kommt runter schätze ja ich bin einmal was hast du so von stärke her ja den tanz virus also gehen weiter so dann hoffen wir mal dass wir jetzt ein bisschen stärker sind habt ihr auch klamotten baut noch wieder das was ich bauen konnte war nur ein ring nein nein ja da war so nichts schon da wäre schon wieder die kotz mutter aber jetzt wirklich die solche schau da dräng ich schädel runter kotzvieh dann auch noch anfangen wa jetzt war halt weniger saufen muss weniger kotzen oh 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 skelette kommen raus ja es klappt schon besser mit meiner fähigkeit ich bin hier ja wir haben blöde antworten ja es gefällt mir ja es gefällt mir alte kotzkuh weiter was ist er jetzt voll für törn da hat den nicht umsonsten willkhus weißt du aha ja der gefällt mir ohne lederbuchse was für ein glück in diese videos hier ja muss auch für die letzten die kann man auch mal zu sagen da musst du fluchen ganz in alle ruhe von mir hin dann kannst du mal die carrie fragen wenn ich mit ihr alleine spielen wie ich da ab wir ja ist die gott lady wieder wo ist nicht ab ah mein geplatzer frosch oh schön bonus ja zusammen abgängszeiten reduziert stärkungs zauber im bus verstecken stirbst der der getötet haben ja dann musst du so oder so auch so hoch ist noch früher ja ich bin schon raus weil ich habe euch waren und bleibt für uns stehen ja ich muss mich erholen rottes direkt mit dem zahnstocher in dem mund hey was ist das denn würde mich das heute hier ärgern das muss erst mal besser laufen hier ich liebe die eiskristalle du sprichst mich nicht mehr an das muss jetzt aber die eine habe ich mit in den tod reingerissen der liegt neben mir ja die habe alle bei mir unten alle ja die folgen mir auf schritt und dritt da ich habe mich ja jetzt gleich befreien bei den eine der daneben mir die namen schlossen an den ton ja ja in den tod reingerissen spiel gerade von gesandten her was sie da ist